2 zu 1 Duisburg 2 zu 1 für den MSV Etwas glücklich zustande gekommen Weil Schnellerhard den Ball eigentlich nicht unter Kontrolle bringt Und dann fällt Erath perfekt vor den Fuß Und Tugul Erath bringt die Gäste mit 2 zu 1 in Führung Tugul Erath, Neuzugang aus Düsseldorf Attafi Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.